Ich will das jetzt hören. Es gibt keine Ansagen mehr. Ansagen sind out. Weil BigNut macht die nicht mehr. Ohhhh. Toll BigNut. Toll BigNut. Nur wegen dir kriegen die Zuschauer jetzt keine Ansage. Gut, wenn du kein Intro machst, dann mach ich auch kein Outro. Du meinst wohl Endcard? Ich wurde Endcard. Dann sag ich nicht mehr, dass bei dieser Folge niemand verletzt wurde. Und es lackert wieder. Jetzt nicht mehr. Das ist so eklig. Bist du jetzt im richtigen Auto? Ja, aber ich kann nicht fahren, komischerweise. Ich schon. Kann mal jemand den Hubschrauber markieren? Ich will eigentlich den Hubschrauber fahren. Ja, dann markier mal den Weg dahin. Oh, ich habe den Weg zum Boot markiert. Vielleicht soll ich. Ich bin, glaube ich, im falschen Auto. Warte mal. Warte mal. Wieso bin ich denn jetzt überhaupt? Dann heule ich den wieder ab. So, jetzt markier mal den Weg zum Hubschrauber. Ja, Moment. Das fängt ja schon wieder Crew intern an. Richtig. Das leckere Pär. Bei mir überhaupt nicht. Dank Shadowplay. Ich glaube, ich dachte, das ist schlecht. Ich sag ja, mit Shadowplay ist das überhaupt kein Thema. Weil Shadowplay ist im Prinzip so eine Beigabe zu dem, wenn du der Nvidia GTX hast. Ja, kenn ich. Dann kannst du als Beta Shadowplay kriegst du da dazu. Ich habe die Mission noch nie bei Tag gemacht. Äh, zurück. Bei Nacht ist doch bestimmt ein bisschen schwerer. Ich habe kurze Hosen an. Nimmst du mal die Tüte vom... Achso, jetzt sollen wir die Tüte schon aufsetzen? Ja, die Kondümmer müssen wir aufsetzen, natürlich. Nimmeltüten. Warte mal kurz, ich bin auf der falschen Seite. Nö, bist du nicht? Doch, ich bin auf die Beifahrerseite. Nein, weil du kannst nicht schießen. Ich kann auch so nicht schießen. Doch, du kannst nicht wieder aufschießen. Von hinten, warte, gehe ich wieder hinter. Aua, das waren meine Zehen. Was schießen wir denn? Präzisionsgewehr, ne? Hä, Präzisionsgewehr kannst du mitnehmen? Ja, klar. Klar. Kannst du vom Heli aus dem Präzisionsgewehr schießen? Ja, kann ich. Okay. Ja, dann ist das geil. Du musst aber das Teil ruhig halten. Nein, ich versuch's. Das ist nicht so einfach. Wirst du wahrscheinlich. Ja, aber das ist die DMA. Wer läuft da erst an? Am besten seitlich, ja. Wir mit dem Snipern, oder? Wir killen die schon. Vom Strand aus. Mit dem Boot. Seh ich auch gar keinen mehr. Ich seh auch keinen. Im Moment seh ich keinen. Das ist ruhig genug. Dann können wir auf dem Schiff landen. Dann kommen wir auch gleich rüber. Warte. Wo sind die denn hin? Haben sie rausgepatcht? Ein paar Mal abgeknallt und der Rest ist ins Schiffsinnere geflüchtet. Haben sie die abkrab... oder die haben sie rausgepatcht? Da ist den rein. Komm, wir stürmen. Ja, ich komm. Warte mal, ich guck mal. 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 Das ist zu unruhig. Besser? Nee. Doch, da oben. Warte mal. Warte mal. Es sind immer richtige Waffen. Da oben ist einer. Mitte. Ja, jetzt ist er tot. Wo in der Mitte? Nee, bei... Bei den Käpt'n. Also... Der müsste gerade geschossen haben. Nee, vorne. Beim Heliport. Da sind, glaub ich, drei Leute. Ach, da. Ja, ich seh'n. Ja, ich seh'n. Machst du das? Nicht mehr? Tot. Fertig. Da unten ist auch noch einer. Jetzt komm ich nicht ran aus dem Ding jetzt. Ja, echt normal. Wieder einer tot. Warte mal, ich kann mit ihm aufm Bett. Ach, da sind die Helis. Warte mal. Eins, die kriegst du? Ja, sauber. Was soll das denn? Hä? Wir haben mich rausgeschossen. Oh. Ja, ja, ja. Ja, was soll ich denn machen, wenn die mich rausschießen? Ich kann ja... Das liegt nur daran, weil Big Night wieder keine Ansage gemacht hat. Ja, seh ich auch so. Da sind wir alle an meinem... Ihr wart aber mit dem Heli schon auf dem Schiff gelandet, ja? Nein, wir waren oben drüber. Ihr könnt ganz entspannt eigentlich auf dem Schiff landen. Okay. Wir brauchen den Helikopter auch nicht zur Flucht. Wir können viel einfacher mit den Ketschis und dem Schnellboot, das hinter der Yacht liegt, abhauen. Okay, Sir, Boy. Können wir dann irgendwann mal eine Heist spielen, die ich noch nicht kenne? Weil wir spielen immer die Heist, die ich kenne. Oder wir spielen mal... Ich kann mal meine weiterhosten, da brauche ich Geld, ne? Ja, ja, ja. Schon noch kein bisschen. Aber... Ja, okay. Ja, das dauert noch. Ich bin ja bei der EMP hier immer noch. Bei dieser FBI Bitch. Ernsthaft? Mhm. Hat ja keiner mit mir spielen wollen, ich habe ja keine Freunde. Da bist du falsch. Raus. Ich sehe dich immer voll oft hier online kommen. Und dann gehst du wieder. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, du willst jetzt wenigste Ton haben. Ja, das stimmt. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Nein! Nein! Haha! Haha! Komm, wir nehmen die AP bis Ton. Jetzt weiß ich auch wieder, warum keiner mit dir spielen will. Ja. Die AP ist besorgt. Ja. Hat der David mir echt die Freundschaft gekündigt? Oh mein Gott. Also mir schon. Ich weiß nicht, wie jetzt bei euch. Ach, mir ist das egal. Äh, wir fahren jetzt direkt aufs Deck, würde ich sagen. Ja, direkt alles umrotzen, was da geht. Cool. Warte mal. Ja, ja. Vielleicht. Erstmal von außen noch ein bisschen was killen. Oh. Ich glaube, du bist angeschossen, ne? Ich? Nö. Wie viel Leben machst du noch? Voll grün. Clear die mal oben auf den Deck, da wo man landen kann. Ja, da ist der, ich glaube. Ja, ich kann nicht gehen. Weil ich lande jetzt, ne? Warte mal. Da sind doch noch Typen, oder nicht? Die nennen uns noch Motherfucker. Ja, die sind im Inneren. Oh, 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 weg, weg, weg. Okay. Weg, 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 weg. In Spyro hatte ich dir die Luft gejagt. Schöne Scheiße. Scheiße, die Rotoren, ey. Einfach ist ja was für Kindergarten. Was braucht ihr da für Quatsch? Ach, der Spiel, der wollte, der wollte im 90 Grad Winkel landen. Ja. So, mit Schnauze voraus. Und wollte sich mit den Rotoren direkt ins Unterdeck bohren. Ja. Weil ich wollte zu den Drogen direkt. Genau. Ja. Drogenabnahmeverfahren. Das werden wieder lange folgen. Drogenabsebelverfahren. Scheiß auf GTA. Wer ist GTA? Wir zocken sowas. Übrigens, jetzt ist es wieder dunkel. Jetzt kannst du wieder bei Dunkelheit spielen. Yeah. Was bringt das? Nix. Ich habe einfach nur vorhin festgestellt, dass ich bisher jedes Mal, wenn ich in dieser Mission war, mit dem Schiff, es bei Nacht war. Aber das sieht doch viel geiler aus. Ist es richtig? Siehst aber nicht mehr, wie ich schwebe. Wir sind tot, der ist ins Riesenrad geflogen, der Held. Was? Also bei mir zumindest. Noch nicht. Wo bist du? Rechts oder links? Ich sitze rechts. Rechts. Okay. Dann freie Fahrt. Halt das Ding mal ruhig. Versuch's. Also Präzisionsgewehr bringt da... Glaube ich gar nichts. Warte, wir müssen mal die Waffe wechseln. Kurze Feuerstöße. Ich sehe da schon keinen mehr. Doch, da oben. Da oben ist noch einer. Genau auf dem Heli-Teil. Da, genau. Da in der Mitte? Ja. Der läuft da rum. Da oben ist auch noch einer. Ist der in der Mitte jetzt? Ja. Ist der in der Mitte jetzt? Der läuft da rum. Da oben ist auch noch einer. Ja. Jetzt wieder keinen Scheiß bauen. Nein, keine Sorge. Ach Gott, das ist das Assi hier. Der Spyro ist die Flugschule komplett abgeschlossen. Mhm. Echt? Echt? Da ist auch nicht echt glückssacht, gell? Ja. Da ist noch einer. Wenn du mir jetzt sagst, dass das können ist, dann glaube ich das nicht. Wo ist noch einer? Ich sehe den nicht. Ich habe ihn ja gerade getötet. Du hast ihn ja nicht getötet. Du hast ihn ja nur angeschossen. Da ist es nicht mehr raus. Wo kommt denn der her? Keine Ahnung. Irgendeiner schießt hier noch wie doof. Äh, Helis kommen. Wo sind die Helis? Wo sind sie her? Ich sehe sie. Ich sehe sie. Warte. Keiner Heli mal ein Stück hier rüberkommt? Warte, ich gehe mal rüber auf die andere Seite. Ein Heli weg. Mit der andere Heli. Ich habe ihn hier. Alter, wieso trifft der nicht? Warte, wieso trifft der nicht? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich denke das sind Lenkraketen. Dann sollen die auch mal lenken. Geh mal weg in Spyro. Tot. Spams. Doppel weggeschneipt. Not cool. Ja, das ist ganz cool. Hier ist aber irgendwo eine. Warum habe ich das? Ich habe doch irgendwo... Wer schießt hier mit Granaten? Versteh nicht. Hast du schon? Ja, das weißt du. Oder doch, Alter. Hab ich den jetzt gekillt mit der Ganatra? Ich war das übrigens mit der Ganatra. Ich habe einen mit dem Dienst in Schulterschläge vollenden Leben sofort tot. Nein. Was war jetzt? Was war jetzt? In Spyro ist gestorben. Ich bin runter gesprungen und direkt hinter mir war der, ey. Er hat mir einen Rücken geschossen. Keiner. Habt ihr schon mal versucht neben dem Riesenrad zu landen und einfach nur zu snipern? Ja, haben wir. Ist doch immer eine doofe Strategie. Klangweilig. Ja, der Oschkele und ich arbeiten uns hier eigentlich recht effektiv durch das Schiff. Der Oschkele und ich arbeiten uns hier eigentlich recht effektiv durch das Schiff. Der Oschkele und ich arbeiten uns hier relativ durch. Ich bin nicht gestorben. Das ist besser, besser. Scheiß Gräber. Pass nicht hier die Kuh. Hier, ich schmeiß euch gleich alle aus meiner Freundesliste. Ja. Hat der Oschkele? Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Dann habe ich zwar gar keine Freunde mehr. Auch im richtigen Leben nicht mehr. Aber egal. Egal. Jolo, ne? Ja, weiß ich nicht. So. Ja. Ja. Och. Ja. Ja.